Oh, das Schild ist ganz gut, was wir willkommen haben. Das, 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 das. Das, 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 das Granaten? Hast du gerade was gekauft? Granaten? Ja. Wow. Passiert doch noch nix. Facecam wieder an. Oh, 16. Was? Äh, war da ein Munitionsshop? Warte mal kurz. Ich brauch mal Muni. Lasermuni. Ach, was soll's? Ich brauch mal. Jo, Handsome Jack glaub erst mal stehen. Hallo? Ihhh. Ihhh. Ich kann seine Zähne sehen. Oh, oh. Da... Au, da. Die Plombe hier, die muss aber mal ein bisschen wieder neuer werden. Warte. Stell dich mal so in Handsome Jack, dass du seine Zunge sehen kannst. Voll ekelhaft. Und seine Zähne. Es geht. Wenn du von vornherein schaust. Nicht von hinten. Das hier ist von hinten aber auch. Lecker, ne? Naja, die Plombe links hinten muss man mal wieder erneuern lassen, ne? Also von ihm aus gesehen rechts hinten. So, zack. Tschüss. Lappen. Schauen, Weeper 01, da muss man innen weg. Oh, doch. Endkampf jetzt. Oh, oh. Hallo. Sieht aus wie... Dicker... Oh. Hallöchen. Easy. Dahl Corporation. Alter Vater. Ja. Geil. Kolonel T. Sabadon. Bis zum Letz. Okay. Granatenspammen. Ja. Granatenspammen. Oh, na toll. Da kommt direkt vor mir so ein Ding hoch. Granatenspammen. So, alles rauskauen. Alles rauskauen. Wieder auf. Schockwaffe, dass ihr Schild-Tags macht. Warte. Schild ist weg. Komm jetzt auf Säure wechseln. Ne, ich hab Feuer bei mir. Oder ist Säure? Oh. 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 Oh, die springt hoch, ne? Warte, ich meine Schild wieder weg. Lass mir die kleinen Nubels hier stehen. Geh mal nur auf C, damit wir noch was zum Weckballern haben, was ich jetzt draufgebe, was ich wahrscheinlich jetzt mache. Jetzt. Warte. Wir brauchen ein paar Kleine zum Killen. Da ist einer. Oh, ja, ich geh nur auf den Großen. Die sind fest. Warte, ich mach dir ganz schnell weg. Warte, warte, warte. Ich hab's. Ist down. Jawoll. Jetzt können wir die Reste nicht machen. Zack. Okay. Was ist noch einer? Irgendwo hier. Die ist da wohl gestorben, ne? Oder? Ja. Mhm. Ich glaube, der nächste Blau ist. Hier wirklich was Blaues. Aua. Er hat doch eigentlich schon. Ah, vier Mondstein. Oskett. 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 Dann deaktivieren wir den Laser. Hier ist aber noch was Rotes irgendwie. Mal ne Waffe. Da steht ein Gegner drin. Siehst du ihn? Ach so. Ja, jetzt. Der stand die ganze Zeit drin. Ich dachte schon, wo ist der? Ja. Okay. Ich find nix mehr rum. Hinten aus dem Moorstein. Die Sabadon ist hier noch drin. Nein. Ich wusste das noch. Und Schnelldungen. Genau die Haut ab. Alter. Hat die Iridium in ihrer Mubu. Die ist auch so geil. Kolonel T Sabadon. Ein Tod um Millionen zu gehen. Die Liede Tage. Ja, aber richtig. Warte immer her. Schnelldreik. So. Schnelldreik. 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 Alter, die ist dauerhaft gestand hier. Nein, sie schießt auf mich. Nein, sie schießt auf mich. Oh nein, sie schießt auf mich. Oh, da kommen noch andere. Warte. Warte. Mach du einen kleinen. Hier steht einer. Boah, Alter. Ich gehe nicht mehr. Und sie ist tot. Ich glaub, ich brauche Hilfe. Feuer einstellen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es ist unwichtig, was heute geschieht. Dein Fall wird kommen. Ja, ja, schön. Wo ist die Kammer? Versteckt unter einem Haufen Chemieabfälle. Ich habe gesehen, was drin ist. Du kannst nicht... Oh, Moment. Du hast reingesehen? Die Kammer ist offen? Du musst umkehren. Die Macht in dieser Kammer wird eine Kette von Ereignissen lostreten, die... Schnarch. 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 Die Kammer ist also offen, ja? Cool. Nun zu diesem Laserkern. Ich muss ja eins sagen. Der wird immer... Ich hab den Aufwärtsen ganz schnell. Alter. Ach, sind keine Gegner mehr da? Ja, ich... Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Mit Sauerstoff wiederbeleben? Wie geht das denn? Ach cool, das geht schneller. Mit Kuh. Weiße Waffe. Da ist nix. Nix. Ne, liegt ein bisschen was. Einmal Mondstein. Einmal Mondstein. Äh... Aha. Da liegt wieder ein Aus-Kit. Hast du das Aus-Kit? Nee, ich hab schon genügend. Okay. Warte. Okay, ich glaub's. Sonst noch irgendwo was. Da kann mir nix davon raus. Ja. Okay. Kann mir irgendwas Gutes raus? Ähm, ich glaub ich hab euch nen lila Skin aufgenommen, aber ich würd den gern selber anschauen. Ähm, wohin? Achso, ich dachte, da passiert jetzt was. Ja, ich auch. Ja. Uh, uh, uh. Feuer frei. Da lang. Was ist das denn hier? Das Waders Kuppel. Kennst du die? Da wo er sich reinsetzt? Sieht genauso aus. Lauf und Munitionet. Na bitte. Hier werden Sachen gebaut. Oh, Schränke. Wie nett. Äh, ein weißer Raketenwerfer. Wow. Ähm. Das ist echt langsam so ein Running Gag, ey. Schlechter. Oh, geil. Weiß, weiß. Ah ne, das ist wieder so ne Waffe. Das ist ja ein fucking Ernst. Oh mein Gott. Hier sind Sachen für Lawbringer und Gladiatorin, das bist du. Ja, das bin ich, ja. Magazingröße um 26% erhöht und SMG Waffenschaden um 23%. Was ist denn das? Bin ich Enforcer zufällig? Ja, du bist Enforcer. Dann nehm ich den Grünen mit. Ja. Oh, weißes Schild. Wollen die uns hier echt verkacken? Hier sind noch mehr Mods für Lawbringer. Was ist das da hinten? Das sind die Lander? Ne, das sind blauer. Das sind Granatenmods. Für Enforcer. Schon wieder. Gladiatorin ist ja wieder einer. Na, Alter. Nur grünes Zeug, das ich nicht brauchen kann. Ja. Warten wir kurz. Muss noch die Waffe wieder wechseln. Ich habe hier wieder die falsche reingemacht. Wo ist denn die Strahlenwaffe? Ach ne. Welche Vergleichsschaden machten die hier mit der? Wo ist sie denn? Ich such sie, aber ich finde sie nicht. Die mit der? Ah ne, du. Ich finde die durchgängige Strahlenwaffe eigentlich besser, ne? Sehen wir uns das mal an. Tötet auch Gespenster. Die finde ich eigentlich am besten. So, war es das? Ne. Doch. Ein Reketenmerfer, ein Grüner. Ja. Ein Grüner gleich. Ja. Ein Reketenmerfer. Ein Reketenmerfer. Ja. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Reise vertrauen. Ah, verletzt. Also, was verkauf ich denn? Für Level... Ne, die ist eigentlich ganz gut. Die ist für Level 20 SMG. Level 12. Pistole benutze ich nicht. Level 20. Die benutze ich auch nicht. Die benutze ich auch nicht. Weg, 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 weg. Hm. Weg, weg. Soll ich die ganzen alten Granaten, die du dir mal aus der Kiste geholt hast, die Lila nennen für Level 16 und die ganzen Mods raushauen? Puh, kannst du. Level 16, das schlägt. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Oh ja. Ich bin wieder leichter. Ja. Für Level 13 ist die, weg damit. Level 19. Okay. Das geht eigentlich. Reiß den Schurken den Arsch auf. So, warte mal kurz. Ich nehme mal den Skin. Uh, Skin freigeschaltet. Wohl Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wie dachte ich, hat das viele Geld? Ne, eigentlich nicht. Sie brauchen dein Geld. Empfiehlst deinen Freunden, Markus Munition. Okay. Gut. Geh durch. Ja. 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 Komm mit. Komm, spring hoch. Wie. Jetzt immer das geilste Bauaufzug fahren. Ja. Nicht in den Lauf des Lasers gehen, wenn er feuert. Pass auf. Achso. Warte mal. Warte mal kurz stehen. Vorsicht. Ja. Wir müssen da hinten hinlaufen, ne? Ja. Pass auf, du schießt. Ah, der kommt aber jetzt. Ey, es ist doch schon tot. Wer bedient denn das Ding? Ist da ein Claptrap dran, oder was? Zeisschaltuhr. iPhone. Schau dich mal. Ja. Wahrscheinlich. Siri, please fire my laser. Okay. Erinnere mich, meinen Laser abzufahren. Ja. Geh rein. Da geht's weiter. Wo steht er denn? Da oben ist er. Pass auf. Verdammt, was ist das? Das hier Spaß ist auf der Helios. Es ist der Kern dieser ganzen Waffe. Wie konnte das Ding überhaupt so viel Energie generieren? Kommt her, ich zeig's euch. Steht man hier? Ne. Wir müssen irgendwie hochkommen. Sobald wir dieses Baby wieder unter Kontrolle haben, kann ich ganze Banditencams auslöschen. Mit null eigenen Verlusten. Oh, klingt toll, oder? Toll. Oh, noch was. Ja, ganz toll. Oh ja. Komm zu Papa. Wow. Was ist denn hier? Hallo Schätzchen. Bist du da drin? Wer ist wo drin? Schalte den Laser ab. Was? Was ist ein Auge? Ihhh. Was zum Teufel. Wie ist das etwa? Das Auge der Helios. Naja, eigentlich das Auge des Zerstörers. Dieser Kreatur aus der Kammer. Aber ich hab schon meinen Laser gehängt, um seine Kraft um das Zehnfache zu beigern. Weil ich so super bin. Du hast das Auge des Zerstörers zur Waffe gemacht? Wow. Das war's bereits. Alle Iridium-Artefakte sind Waffen. Ich hab nur gecheckt, wie es funktioniert. Trüm ist an der Waffenkiste. Siehst du die? Wo? Hinüber. Okay, wie schalten wir das Ding ab? Vorsicht! Selbst ohne das Auge ist dieser Reaktortyp extrem instabil. Du fütterst ihn mit etwas, das seine Kraft noch verstärkt, oder? Ähm, Abfälle aus der Iridium-Raffinierung. Manche wissen... Schützig Mondstein. Müsste ich auch machen. Okay, tu genau, was ich dir sage. Dann kann nichts schief gehen. Bring drei der Flussregler in die Hauptposition und kehre das Energiedifferential um. Die kennen sich aus. Drück das Dings, bis du lila siehst und dann drück das Dings nochmal. Drück das... Drück das Dings, bis du lila siehst. Wo bist du denn? Du kannst eine Küsse aufmachen. Für Mondstein. Ja. Soll ich das? Kannst du. Will ich das? Ich hab grad mal 84. Wie viel kostet das? 50 oder? 40. Ja dann! Wie kommt man da rüber? Äh, da kannst du irgendwo hinspringen und hoch. Auf das Rohr und dann... Easy. Lass mich raten. Bei mir kommen geile Waffen raus. Wohin? Auf das Rohr und dann? Ja dann musst du einfach da hoch flitschen. Wie? Einfach hoch. Ich bin da vorne auch da hoch gekommen. Bis dann von dem Rohr runter. Da muss von dem Trüben aufs Rohr drauf und dann kommst du hoch. Äh. Ähä. Warte, ich hab's gleich Hänger rettet den Tag Da kommt man nicht rüber Wie kommt man doch Wie kommt man dann da hoch Ich hab's auch gut auch geschafft Diese unsichtbaren Glitchwände Mit So geht's aber besser hier Oh, okay, so, okay So, 40 Mondsteine, easy Bitte was geiles, bitte was geiles Was ist das denn? Oh mein Gott, Mods für Lawbringer Für mich Für mich Äh, für mich Was war das nur für dich? Zwei Skills niederhalten Ein Skill Feuerunterstützung, ein Skill Laserfocus Jo, ich mach mal die Missionen da Rittischer Schaden Okay Alles klar Okay Dann machen wir die Mission Also, wann muss ich drücken, wenn es lila wird? Wenn du lila siehst Man sieht man den lila Was siehst du denn du lila? Das Ding vor ist, oder? Ja Jetzt ist es grad blau, oder? Ich kenne es einfach nochmal Jetzt ist es grün Aber es ist so lange drücken, bis es lila wird Ach so Ach so Technik Ja, und jetzt, lass mal laden Ach so Das muss man bei allen machen Oder wie Was, muss ich da auch schießen? Slack indizieren, noch einmal So Ist irgendwas mit dem Auge? Äh, Mox, ich geb dem Auge immer nur ein klein wenig Schlag auf einmal Äh, bist du sicher, dass... Es schadet dem Augapfel nicht Vertrau mir, Sugar Okay Nächster Also Erweitern Dings drücken Dings nochmal drücken Dings nochmal drücken Slack indizieren Alter Oh Oh, ich werd eingesaugt Ähm Ähm Wenn der Laser von diesem Slack gespeist wird Müssen wir so viel wie möglich davon zurück ins Auge leiten Der Energieüberschuss wird eine Bricherung auslösen Und dann können wir alles deaktivieren Das wird im Auge nicht gefallen Aber es wird nicht beschädigt, Schätzchen Ah, ich hab mich auch festgeglitscht ein bisschen Hi Viel Spaß dabei Okay, hier geht gut Ich schau dir zu, du machst es gut Immer schon das Dings drücken, ne? Steht dran Blau Ah ja Das Auge abgeht Moment, dass es stirbt Jetzt ist es auf dem Trip Ja, aber richtig Zumal Staub Also der ist voll high jetzt Siehst du, ich dir was im Feld Ja, ich seh's Oh, was für die Farben Liebe Liebe Harry, Liebe Hab schon Wenn sie das Auge während des Reboots komisch verhält, will ich nicht in der Nähe sein Dank der Sicherung kann nicht viel passieren, außer dass es sich abschaltet Äh, ich stimme zu, nicht zuzustimmen Los, zurück zur Kommandozentrale Jetzt wo die Sape Nudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus... Die Sape Nudel Sape Nudel Alles klar Okay, zurück zum... Worauf warten wir Ah, du hast schon versucht Mach du nochmal Worauf warten wir? Na los Du Lappen Hey, der ist aber weg Der ist weg Penner Ne, sie weggeportet Ich weiß, dass sie sich weggeportet hat Der kleine Stinker Uh, diese Texturen So, und jetzt Okay, die Schocken ist tot Wir retten den Mond Und die Kammer voll mit coolem Aliensholz ist anscheinend bereits offen Stell den Laser ab, dann kann der Spaß losgehen Aber die Kammer ist doch auf... Auf dem anderen Planeten Alter Verschönheit Alter Verschönheit Alles klar Facecam weg Irgendwas explodiert Ja, explodiert Gebrochen Ungültige Energiekonfiguration Na toll, und jetzt? Keine Ahnung Geht nicht Tut mir leid Mir nicht Achtung Singularität Oh, was? 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 Was ist jetzt los? Ganz toll, Leute Komm her Ich stehe fest Was macht Maxi? Verdammt, was machst du denn? Ich fall dir in den Rücken Ich versuche, dich zu killen Beides Dinge, die ich schon längst hätte tun sollen Du macht-hungrige Psychopath Ähm, da entsteht ein schwarzes Loch Ich hab dich beobachtet, Jack Und hinter diesem Lächeln, hinter deinem Herzenkomplexen Stimmt was nicht mit dir Ähm Wenn du die Helios lebend verlässt Wird das vielen anständigen Menschen Leid tun Hast du da angesogen? Ein bisschen Ich hoffe nicht Neben dir Na, ich will aber ein gutes Bild erhaschen Voll der Anus Ähm Ja, wir können atmen Tja, eher nicht Verdammt Das Auge Das war ein Einzelstück Was hätte ich damit alles machen können Verdammte Lügner Verdammte Feiglinge Alles NICHT BESSER ALS PARTY Okay Weiß, schau mal kurz her Guck mal, wo das Ding liegt Was ist das denn? Ich weck mit der Luft Ähm, ganz kurz, Zandro So ein riesiger Steinsbrocken Schaff's nicht durchs Fenster Aber er schmeißt so ein Ding da durch Easy Eheh Eheh